Oh, hier können gleich zwei arbeiten. So, wir haben die Nahrung fürs vorletzte Bevölkerungs-Level-Upgrade. Wir können jetzt den letzten Hexer rufen, den wir rufen wollten. Drei Hevoks von vieren. Und dann fangen Assassinen zu rufen. Bei Eisen zum Assassinen rufen ist nicht so das Problem. Oh, nächster Angriff. Könnt ihr mir nicht einfach nur Todesweber... Oh, sie haben mal wieder einen großen Klingweber hier oben. Könnt ihr mir nicht einfach mal nur Todesweber entgegenwerfen? Das könnte vielleicht meinen Erfahrungspunkten helfen. Aber ja... Wen soll ich töten? Ja, du bist gruselig, ich weiß. Wir werden angegriffen! Das ist ein Hinterhalt! Wir werden angegriffen! Standhalten, Männer! Ja, drei Achtel. Level habe ich schon. Oh, sogar zwei große Klingenweber kommen hier oben. Und ja, entweder reichen die Pilze ganz knapp. Oder wir müssen noch auf die nächste Fuhre warten, aber das ist ja okay dann eigentlich. Das ist ein Hinterhalt! So gehen wir auch auf Nummer sicher, was die Armeestärke angeht. Ja, ihr habt mich beschworen. Hätte ich lieber nicht. Musste ich leider. idosチャンネル backupTw Sonne des Filmsuyorux. Ok, da macht mich aus. So werde ich denen dann leider auch hier nicht, Also Fahraufen gewçu Medien. Och jetzt waren es patienten. So geht's geht's. Der ist auch. Der ist nie sach� ἄ�t, 70 giorno vorgenommen zu. Ja, irgendwann kann ich auch nicht mehr das herauszögern, weil die Angriffe einfach viel zu groß werden. Stand halten, Männer! Die Linien müssen halten! Das ist ein Hinterhalt! Wobei ich das gerade gut finde. Jeder Angriff scheint wenigstens meine XP-Balken einen Tick höher zu bringen. Entweder das oder das kommt mir nur so vor. Und ja, wir werden wahrscheinlich noch auf die nächste Fuhre-Pilze warten müssen. Wir brauchen auch noch 10 Motsilber. Ich habe mir gehofft. Letzten Havok. Oh, da kommt wieder nur ein kleiner Angriff. Von hier oben. Und ja, von allen Titanen finde ich den von den Dunkelhelfen am makabersten. Der Elfenbaum hat zwar eine gruselige Stimme, aber sieht doch ziemlich aus wie Baubbart. Der Menschentitan ist einfach nur Greif. Der Zwergtitan... Wir werden angegriffen! Naja, sieht aus wie ein großer Steinbohle mit einer Hammerhand. Der Oktitan sieht cool aus. Auch wenn er ziemlich aussieht wie Baalrock. Wie kann ich gehen? Langsam glaube ich, ich sollte hier die Beteiligung mal ein bisschen ausbauen. Hier bin ich. Meister, das ist mein Licht. Die Linien müssen halten! Bei der Häufigkeit der Angriffe scheint... Monenkrieger! Zu mir! Stand halten, Männer! Die Linien müssen halten! Das ist ein Hinterhalt! Die Linien müssen halten! Die kriege ich jetzt eigentlich nur relativ gut weg. Die kriege ich jetzt eigentlich nur relativ gut weg. Meister, das Gefolge ist herkennend! Ich kriege wirklich Erfahrung... Jetzt viel mehr Erfahrungspunkte, da die Todeswebern. Gefühlt jedenfalls. Au, ich habe genug Mondsilver für den letzten Havoc, den ich hätte. Wenn er hätte. Naja, wirklich ein paar mehr Verteidigungstürme dürften nicht schaden. Na, da kommen sie jetzt von da oben wieder. Wie heißt er eigentlich nochmal? Zweiter Prinzeps der Hand. Wir werden angegriffen! Wir werden angegriffen! Wir werden angegriffen! Das ist das falsche Gebäude, das seid ihr gerne. Danke! Da kommt nämlich schon der nächste Angriff wieder. Wir werden immer größer werden im Ausmaß und viel häufiger, ja. Vorsicht, Gegner! Wir werden angegriffen! Wir werden angegriffen! Stand halten, Männer! Ja, und die ersticken uns bei den Sklaven, was auch immer das macht. Wir werden angegriffen! Meister! Das Gefolge ist verwirrt! Ich bin unwürdig! Ich gehorche, Meister! So, das sollte mir jetzt mehr Luft machen! Und ja, mehr Erfahrungspunkte! Ich bin unwürdig! Ich bin unwürdig. Ich bin unwürdig, du делierst! Wir werden nicht für mich ihn auf dem, was auch immer das Gefolge ist. Ja gut, das Nahrungslager beschaffen wir jetzt auch noch sehr viel Nahrung eigentlich. Wahrscheinlich bis die Pilze wieder reif sind, sind wir bei 2000 hoch. Das heißt, es dauert dann nicht mehr lang. Die Einheit der Ausbildung des Helfer sollte dann auch nicht mehr so lang dauern. Ja, die Angriffe hier werden auch langsam etwas ernst zu nehmen. Schlimm wird es, wenn die Angriffe mal koordiniert sind und sie von beiden Lagern auf einmal kommen. Also ja, ich vermute mal, da hinten ist noch ein zweites Lager. Also ja, da kommt der Angriff, der nächste. Wie gesagt, die restliche Nahrung. Sie belagern unsere Stadt. Die Linien müssen halten. Runenkrieger, zu mir. Sie belagern unsere Stadt. Das ist ein Hinterhalt. Die Linien müssen halten. Ja, ich kann meinen Türbleiter nicht sagen, wie sie angreifen sollen. Jetzt kommt er sicherlich demnächst hinter den Angriff von oben. Und ja, die letzte Nahrung wird angeschneppt. Sehr schön. Also die letzte Nahrung, die wir brauchen. Auf Motsilber werde ich jetzt nicht mehr warten. Ich werde einfach fünf Assassinen und fünf... Ne, zehn Assassinen werde ich ausbilden. Oder sollte ich... Ne, ich nehme, glaube ich, fünf Wasser, sieben, fünf Schatten klingen. Und das ist ein Vergnügen. Vielen Dank.